Ganz, ganz stark. Die Deutschen mit 4 und 4. Jetzt bräuchten wir unbedingt eine erste Nullrunde. Drücken wir dafür fest die Daumen. Für Laura Hetzel und Quanita. Untertitelung des ZDF, 2020 Ganz, ganz fein geritten. Ganz sauber geritten. Ohne, dass man diese Einflussnahme so deutlich sieht. Und wenn sie das jetzt hier wirklich so fein und sauber durchzieht, dann ist das die so dringend benötigte erste Nullrunde hier für die Deutschen.